Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Da war eine neue Idee, ein neuer Strang. Hallo, jemand da? Tod. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kulls wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja... Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Ich fand einen neuen Rhythmus für die Geschichte. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Der U-Bahn Waggon war völlig ausgebrannt. Ich wollte ihn durchqueren. Scheiße. Nichts davon war real. Aber hier! Fuck dir! Fuck dir! Fuck dir! Fuck dir! Fuck dir! Ich bin jetzt.